Wie ist das Interface von Blender aufgebaut und welche grundlegenden Steuerungen solltest du kennen, um im 3D-Viewport hier deine erste Szene mit ganz simplen Elementen aufzubauen? Genau darum geht's in der heutigen dritten Folge von Blender in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und wenn dir diese Serie und das Video gefallen sollte, lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib gerne jederzeit Fragen und Feedback in die Kommentare. Die Interaktion hilft und schon geht die Folge los. Das Blender Interface ist in grundlegend drei große Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich ist der 3D-Viewport hier in der Mitte. Da drin finden wir alle Objekte unserer Szene in einem bestimmten Modus dargestellt und hier drin können wir dauerhaft arbeiten. Wir können hier auch zum Beispiel Objekte auswählen, wie eben das Licht, hier unten der Würfel, das ist übrigens ein Mesh und wir haben die Kamera hier. Wenn wir die Objekte hier in der Szene anklicken, dann werden diese Objekte oben rechts im Szenenbaum wiederum auch ausgewählt. Diesen Bereich nennt Blender Outliner, aber ich finde Szenenbaum oder Scene Tree viel besser hierfür. Unterhalb von einem Objekt haben wir auch Objektattribute und Eigenschaften. Das orangene Symbol ist immer das Objekt selbst, was wir in der Szene auswählen können und grün unten drunter sind die Details und Konfigurationen. So können wir in der Kamera hierbei meinetwegen das Clipping einstellen oder eben auch die Focal Lengths. Wir können bei dem Licht hierbei die Farbe einstellen, die Stärke und auch Radius und beim Mesh, bei dem Würfel eben, haben wir hier verschiedene Sachen, die wir uns im Laufe dieser Serie aneignen werden. Das ist nicht ganz so trivial, aber das ist nur der erste wichtige Aufbau. Die meiste Arbeit wirst du in der Szene machen mit den verschiedenen Objekten. Beginnen wir mit der Navigation im 3D Viewport. Durch das Drücken und gedrückt halten der mittleren Maustaste oder des Mausrades und dem Bewegen der Maus kannst du dich hier drin frei rotieren, wie du möchtest. Wenn du Shift auch noch gedrückt hältst und das gleiche nochmal machst, kannst du dich nach links, rechts, oben, unten, wie du möchtest verschieben. Und dann haben wir auch noch das Mausrad. Mit dem Mausrad nach unten rauszoomen und nach oben ist einfach reinzoomen. Ganz simple Tasten. Um in Blender Objekte auswählen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Klassiker ist hierbei, einfach Sachen anklicken und sie sind Teil der Auswahl. Es gibt aber noch viel mehr. Zum Beispiel eben das bekannte Box Select. Einfach eine Box ziehen und alles darin gehört dazu. Genau wie auf deinem Desktop vielleicht. Oder du kannst einfach auch einen Würfel hier zum Beispiel nehmen und dann mit Shift-Links-Klick einzelne Objekte, die du brauchst, wie eben die Kamera und das Licht hier in deiner Auswahl hinzufügen. Wichtig ist nur, das zuletzt ausgewählte Objekt gilt dabei immer als das aktive Objekt und dessen Attribute finden wir hier im Inspektor wieder. Wir können auch nur ein einziges Objekt auswählen und dann mal STRG und I drücken, um die Auswahl zu invertieren. Das Ganze können wir wiederholen, dann ist nur unser Würfel wieder ausgewählt. Mit A können wir alles auswählen und auch mit Alt und A alles wieder abwählen. Diese ganzen Tastenkürzel und Funktionen finden wir auch hier oben unter Select wieder und da haben wir auch alle Tastenkürzel mit angegeben. Wir können hier auch Select Random nutzen und zum Beispiel hier 86,2% aller Elemente in der Szene auszuwählen, was bei drei Objekten sind zwei Stück hier 66,66%. Also haben wir hier zwei von den drei Objekten zufällig ausgewählt und das können wir hier mit einem Seed auch beeinflussen. Eine Szene lebt regelrecht von Objekten und ganz wichtig ist es, diese Objekte richtig einzufügen, zu löschen und auch zu bearbeiten. Und das schauen wir uns mal der Reihe nach an. Wie fügt man ein Objekt hinzu? Na ganz simpel, du hast hier oben im Interface das Add-Menü. Eben hinzufügen und hier hast du eine Liste aller verschiedenen Arten von Objekten, die es in Blender so gibt. Unter anderem die Meshes, die wir sehr häufig im Einsatz haben werden. Zum Beispiel eben hier Cube, das wäre der Würfel, der auch hier in der Mitte ist. Das hier ist nur der Interface-Weg. Es gibt auch ein Tastenkürzel und das wäre in dem Falle Shift und A. Dann haben wir das gleiche Menü hier nochmal und wir können auch hier oben nach bestimmten Dingen suchen von den Objekten oder wenn wir Sachen gar nicht in Blender finden und wir gar keine Ahnung haben, wo etwas ist, können wir mit dem F3-Suchmenü hier einfach mal nach Add, dann machen wir Mesh und zum Schluss Cube suchen. Und dann finden wir die Kombination eben Add, das Shift-A-Menü, den Eintrag Mesh und dahinter haben wir den Eintrag Cube. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, wird das Ganze ausgeführt und ein Würfel wird hier eingefügt. Wichtig ist, für jede Aktion, die du in Blender machst, haben wir hier unten links diesen schwarzen Block, eben hier gerade Add Cube und das ist das Operation oder Aktionspanel. Für die geletzt gemachte Sache gibt es hier einen Aufruf von einer Funktion mit genauen Parametern und Konfigurationen. Mein Würfel wurde jetzt mit einer Größe von 2 Metern initialisiert, das ist die normale Größe und wir können auch hier unten noch eine Position sowie die Rotation davon einstellen. Was ihr vielleicht direkt merkt, bei mir ist das Ganze direkt komplett markiert, nämlich weil ich im Edit Mode automatisch bin. Da habe ich dir im letzten Video eine Präferenz gezeigt, die du nutzen kannst, um direkt in diesen Modus zu gelangen. Wenn du aus dem Edit Mode heraus wieder zurück in den Object Mode möchtest, dann musst du einfach nur Tab drücken und das Ganze ist wieder genau wie vorher. Den Modus finden wir übrigens auch hier oben links. Hier haben wir einen Dropdown, Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint und Texture Paint. Die lernen wir alle noch im Laufe der Serie kennen. Dein neu eingefügter Würfel ist jetzt hier oben im Szenenbaum vertreten. Und auch hier können wir den aufklappen und sehen, der Cube 001 hat hierbei die 001er Daten, eben seiner eigenen. Und wir können jetzt hier oben auch mit F2 zum Beispiel hier den Würfel umbenennen, eben in Cube 2. Nur wichtig ist, auch wenn sich die Objekte bzw. Nodes deiner Szene umbenennen, die Daten behalten ihren Namen. Auch die musst du umbenennen hierbei, eben Cube 2 und dann heißen beide wieder identisch. Wenn du jetzt diesen Würfel hierbei aus der Szene wieder löschen willst, hast du mehrere Möglichkeiten. Zum einen einfach rechts klicken und wir haben hier unten die Option Delete. Das wäre wiederum der Hotkey X, wo du gefragt wirst, möchtest du das Ganze löschen, ja oder nein. Oder wenn du es wirklich erzwingt löschen möchtest, einfach die Entfernen-Taste drücken und der Würfel ist wieder weg. Jedes Objekt hat ganz verschiedene Modi, die du nutzen kannst. Das Mesh hat dabei insgesamt sechs Stück hier oben, von Object Mode bis Texture Paint. Diese können wir also im Laufe der Serie kennenlernen. Die Kamera und das Licht wiederum haben nur den Objektmodus und deswegen keine Bearbeitungsmöglichkeiten, außer eben hier im Inspektor. Aber für jedes Objekt und für jeden Modus gibt es hier links diese Tool-Leiste, die Werkzeugleiste. Die können wir mit T aus- und einblenden und hier drin finden wir verschiedene grundlegende Funktionen. Wir können auch hier die Buttons am rechten Rand mal anklicken, gedrückt halten und nach rechts ziehen. Denn dann finden wir heraus, es gibt unter anderem hier die Funktionen des Bewegens, des Rotierens und des Skalierens. Und für diese drei Funktionen gibt es auch passende Hotkeys. Denn Bewegen eines Objektes ist immer grundlegend G. Mit G können wir den Würfel hier anhand unserer Maus hin und her bewegen. Mit R können wir ihn rotieren und mit S können wir ihn skalieren, auch in Abhängigkeit von unserer Maus. Nur es gibt noch weitaus mehr, was du tun kannst. Denn wenn du eine der Funktionen ausführst, zum Beispiel eben G für Bewegen, dann hast du im Blender am unteren Rand des Bildschirms verschiedene Hotkeys und Zusätze als Infos angegeben. Zum Beispiel hier eben X für nur die X-Achse zum Bewegen, Y für die zweite Achse oder eben Z für die dritte Achse. Genauso kannst du auch nach einem G einfach mit Shift und Z zum Beispiel in zwei von drei Achsen arbeiten. Eben in der XY-Ebene auf dem Boden, ohne dass wir die Höhe des Würfels verändern würden. Oder mit Shift und X eben in der Y-Z-Ebene, dass wir halt nicht uns in der X-Achse ändern. Beim Rotieren genauso, du kannst mit R in den Rotiermodus gehen und dann entweder dich frei rotieren oder auch nur die X-Achse, die Y-Achse oder eben die Z-Achse nutzen, um diesen Würfel hier zu drehen. Obendrauf beim Skalieren das Gleiche. Du hast die Möglichkeit einfach in allen Achsen zu skalieren oder nur in X, nur in Y oder auch nur in Z oder in zwei von dreien. Mit Shift-Z wäre es hier in XY. Aber auch punktgenaues Bearbeiten ist in Blender möglich. Denn wenn du zum Beispiel jetzt dein Objekt um genau 6,50 Meter nach vorne bewegen möchtest in Y, dann kannst du folgendes machen. Du drückst erst G fürs Bewegen, dann die Taste für die Achse, das wäre hier Y. Und jetzt kannst du in einem unsichtbaren Eingabefeld deine Zahl eingeben, aber im amerikanischen Stile. Und zwar 6,50 Meter. Die Zahlenreihe 6 würde heißen 6 Meter. Und jetzt brauchst du eben den Trenner fürs Dezimalzeichen. Das ist der Punkt auf der Tastatur. Und dann einfach noch eine 5 dahinter. Und du bist 6,50 Meter oder eben 6,50 Meter nach vorne bewegt. Du kannst das Ganze auch noch mit Minus versehen, um die Zahl zu invertieren. Und nochmal Minus und ist sie wieder positiv. Sobald du Enter drückst, ist das Ganze bestätigt. Das Gleiche gilt auch beim Rotieren mit R. Du kannst mit R rotieren, eine der Achsen auswählen, X, Y oder Z. Und dann einfach sagen, rotiere dich zum Beispiel um Zahlenreihe 9,0. Das wäre 90 Grad in der Z-Achse. Und einfach mit Enter bestätigen oder mit Escape abbrechen. Und jetzt hast du den Würfel gedreht. Nehmen wir auch noch Skalieren. Du möchtest Skalieren mit der Taste S und dann in der Y-Achse mit dem Faktor 1.5. Und hier mit Enter bestätigen. Wenn du im Blender etwas rückgängig machen möchtest, dann machst du das mit STRG Z. In dem Fall also einmal für die Skalierung, einmal für die Rotation und einmal für die Bewegung. Und mit STRG, SHIFT und Z kannst du das Ganze wiederholen. Bewegen, rotieren, skalieren. Fügen wir mal einen zweiten Würfel wieder hinzu mit SHIFT A, Mesh und Cube. Und gehen mit Tab drück in den Object Mode. Und jetzt gucken wir uns noch weitere Hotkeys an. Wenn wir den zweiten Würfel hier mal auswählen und mit G ins Bewegen gehen, finden wir am unteren Bildschirmrand auch noch hier unter anderem mit STRG Snap Inverten eben für das Grid Snapping zu aktivieren und uns genau Grid exakt hier zu bewegen in kleinen Inkrementen. Oder wir können eben mit B einen Snapping Punkt an unserem Mesh auswählen. Einen Eckpunkt, einen Punkt auf einer Kante oder auf einer Fläche ganz beliebig irgendwo. Und wenn wir den auswählen und dann das Ganze bewegen, dann können wir hier an einem anderen Objekt problemlos andocken. An einer Ecke, Kante oder auf einer Fläche. Zum Beispiel eben so und das mit eben linker Maustaste oder Enter bestätigen. Alles was du im Viewport machst und an Transform Daten auf dem Objekt veränderst, kannst du an zwei Stellen sehen. Einerseits hier auf dem Objekt hier unten im Inspektor, wenn du die Objekt Node anklickst. Oder wenn du mit N das Transform Panel hier auf der rechten Seite öffnest und du ein Objekt ausgewählt hast. Hier findest du auch nochmal die Location, genau wie hier unten, die Rotation in Grad, wie hier unten und auch die Skalierung, genau wie hier unten. Und du kannst dir auch dafür sorgen, dass du einzelne Werte sperrst, wie zum Beispiel eben hier die Y-Achse und die Z-Achse. Das heißt beim Bewegen verschwinden auch hier unten jetzt die Pfeile und du kannst sie nur noch in einer Richtung eben in der X-Achse bewegen. Ziemlich praktisch, oder? Und damit hast du die Grundlagen für die Bedienung von Blender schon gemeistert. Eine Mischung aus UI und sehr grundlegenden Tastenkürzeln, die dir helfen kann, selbst ohne Wissen über die Bearbeitung von Meshes schon Sachen zusammenzustecken. Ob jetzt Bewegen, Rotieren und Skalieren, auch mit Snapping, du kannst jetzt in jedem Falle primitive Objekte hier oben aus dem Menü nehmen, sie einfügen und versuchen mal passend zusammen oder aufeinander zu platzieren. In der nächsten Folge schauen wir uns dann mal bei Meshes den Edit Mode an, denn dann geht's ans Eingemachte und es wird auch viel interessanter. Lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest, schreib Fragen und Feedback gerne in die Kommentare, jede Interaktion hilft mir hier und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.